kann losgehen da ich bin da diese schönen waffen in der hand ja gleich ab hier ja die wollen ja gleiche action haben oder da läuft einer lang also warte mal der gerade gefragt ob ich zeit habe jawohl nur ein gegner das wird spannend kannst nicht mehr mitmachen du kannst nicht mehr mitnehmen steht kannst du nicht mehr mitmachen also wenn wir schnell auf jemanden treffen wahrscheinlich hier ist noch einer der gemessert werden und das ist wieder hier porky der schlechter das kann ja auch lustig werden das war ganz also den bekämpfe ich ja mal ganz gerne ja ich auch ich finde ihn nicht so schlimm hast du die munition keine aufnehmen das ist aber munition super sehr gut wollen wir dann so in die richtung so die hat ja ich habe dann unfassern geschossen hier gibt es einen teufel ja da komme ich mal rüber jetzt traue ich mich ja auch mal gucken wenn wir echt hier auf gegner treffen das sollte bestimmt bald sein ich würde auf jeden fall ballern ja hier ist schon mal zombie da waren zombie und wie höre ich auch knorrende hunde aber das könnte auch dicke sein mhm ist hier was schönes drin ich habe das mal schnell gelöst war super das nächste hunde so das muss es gewesen sein dafür ist auch so eine bornheim ganz gut wenn die so schnell schießt das stimmt ich habe mir ja diese kettenpistole geholt mit ah die ist auch gut ja da die perks du hast dann fächert die richtig ab genau ich habe mir das auch genommen den fächer so ich habe ja so das dumpfe gefühl dass hier bald irgendwo ein gegner ist ja beim nächsten hinweis was da ob der schon brummt aber bis jetzt sieht es noch gut aus nee der sieht noch gut aus dann haben wir ja schon aufgedeckt ach so wir sind wir haben den gefunden den dicken der ist hier ja nee ungefähr anders der müsste hier in die richtung hier sein hattest du ihn jetzt gelöst ja oder ich habe hinweis gelöst und dann haben wir quasi den dritten blauen punkt bekommen dann ist er da in diesem komischen sägewerk oder was das ist keine ahnung er wird vielleicht sogar schon bekämpft oh das wäre ja übel genau hier kommt immer drauf ja da irgendwo kommen die schüsse her oh 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 kein wasserteufel hier oh da müsste dann quasi in diesem gebäude hier drin sein ne ich denke schon ich denke schon oh da ist ein wasserteufel aber da brauche ich ja nicht hin wie kommen wir denn hier hoch ich glaube es ist auch im hinteren gebäude sind dem da ok ja stimmt von da aus wird dann wirklich schon geballert ja gleich kriegen wir welche auf die mütze bestimmt oh ja man hört ihn da drinnen mit zion ah sehr gut da schmeckt sind denn beide aufgeladen jetzt hier wollen wir dann rein oder wollen wir meinst du die da sind schon gegner drin ich bin mir nicht sicher es könnte ja durchaus sein weil der läuft eigentlich da nur rum mhm jetzt müsste es ja auch angezeigt werden ne genau nicht sicher mehr auf das ne da ist keiner drin ah sehr gut ich mach mal die tür zu für alle fälle der dicke ist hinter mir her ja ich bin's porky vorsichtiger bombe ich habe ihn genau oh jetzt hat er mich angezündet ja schlechter das ist nicht so schön oh oh ich muss erstmal wegrennen mhm oh aus dem hüpft da draußen einer rum ein gegner echt mhm ich höre die ganze zeit draußen hö 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 ah hö und wieso versuche ich dich mal schnell wieder zu beleben wenn das klappt mhm oh oh oi 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 Mann wo kommt denn der her oh Gott so ich hoffe du stirbst nicht gleich ah ich muss ja mal weg laufen , weil ich nachladen muss oh da ist ja ein Gegner drin wo weißt ah ne ah cheiße da oben ah ich bin genau gegen ihn gerannt genau da jetzt herausgelaufen ja das gut weiter zwei gleich das zwei platt gemacht leck mich an der tisch ja weil die auf den sack ging ich trinke den rockstar und du machst die leute hier platt ist noch einer da hier waren nur die bahn er ist quasi super mario und seine freunde ich sag doch ich sag doch das war noch einer ich habe ihn doch laufen ja halt dann war es zu dritt